Hallihallöchen und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play, beziehungsweise zu meinem ersten Let's Play von Minecraft. So, ich habe alle meine Welten gelöscht, so, deswegen werde ich jetzt eine erstellen. Ich nenne sie einfach mal Let's Play Minecraft. So, Spielmodus-Leben, weitere Weltoptionen. So, Strukturen generieren, natürlich. Weltschip-Standort, so, neue Welt erstellen. Landschaft wird erzeugt, ah, und war lieber Notch. Der Erfinder von Minecraft hat hier sogar eine schöne Backsteinwand erfunden. Für die Wartezeiten ist das nicht schön, nein, ist es nicht. Saving Chunks. Kannst du mich etwas schneller sagen? Saving? Seltsames Wort. Deutsch geenglischt. So, das ist also meine Welt. F3, ja, der sieht, stimmt sogar. Hier steht er. Da. Wer braucht das? Oha, wenn man F3 drückt, dann sieht man eine, hier einen Kurvengenerator. Und der ist, der Fleck gerade ziemlich hoch. Das heißt, ich bin ganz in der Nähe von einem Dungeon. Oder von einem Spawner oder so. Jedenfalls werde ich jetzt erst mal ein paar Rohstoffe erbauen. Und dann sprinte ich schnell hier hinter zu dem Holzbaum. Ja, Pios, was sollten die Bäume denn noch sonst denn aus Holzblättern? Nur ein bisschen unlogisch finde ich das. Minecraft ist ja ein relativ logisches Will, jedenfalls was das Crafting angeht. Nur ein bisschen unlogisch finde ich immer, dass die Bäume stehen bleiben, in der Luft hängen, wenn der Ast weg ist zum Beispiel. Na ja, jedenfalls baue ich mir schnell Holzbretter. So, hier. Holz, 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 Holz. Und damit noch eine Werkbank. Holz kann hier hin, Werkbank da hin. So, Werkbank hier platzieren. Perfekt. Und damit kann ich mir gleich Holzstöcke bauen. So, acht müssten erst mal reichen. Und daraus baue ich mir gleich ein Holzschwert. So, hier. Holzschwert. Und damit werde ich gleich meine erste Kuh erlegen. So, den werde ich gleich abreißen. Um, damit ich ihn nicht verliere. Hier hinten. Oh, eine Kuhinsel. Und ein Dorf. Das ist doch mal perfekt. Hier werde ich bleiben. Auf jeden Fall. Muss ich mir gar kein Haus bauen. So, hier kann ich mir dann vielleicht noch bald eine Lederrüstung bauen. So. Fleisch, daraus kann ich mir dann Steaks braten. Steaks. So. Oh, Holzschwerter. Dümmste Erfindung, die es gibt. Sehen aus wie ein... wie ein Knüppel oder so. Oh, jetzt komm doch, bitte. So, danke. So, jetzt renne ich erst mal hoch zu diesem Dorf hier. So, mal sehen. Ähm, hier auch noch ein paar Kühe. Und dann mal schauen. Das ist nicht gerade das Herrenhaus. Mal sehen. Hier, das vielleicht... ...puh, eine Hofkapelle oder das Klo oder so. Gibt's noch hier oder so. Oder... ...ich hab's aufgebraucht, würde ich mal sagen. So, mal schauen. Da, das Haus. So, das Haus sieht doch mal schön aus. So, gleich eine WG. Hier wohnen ganz viele. Rustikal, rustikal. Mal schauen, aber leider keine Werkbank. Naja, immerhin hab ich ein Dorf gefunden. Was heißt gefunden? Ich bin neben dem Dorf gespawnt. So, dann baue ich mir schnell ein Steinschwert. Sobald ich Steine hab. So, hier noch kurz meine Werkbank platzieren. Oder wobei, da ist ja noch etwas. Hier war ich aber schon mal. Oder? Ja. Hier hat's immer noch keine Werkbank. Okay, wieso auch. Wer hat sich denn das gedacht? So. Ich will hier raus, bitte. So, perfekt. Hier sieht's doch schön aus. Da gibt's ja noch schön Weiten. Kann ich Brot backen, so was. So, Frühante. So, ich kann leider nur 10 Minuten aufnehmen. Jetzt müssten ungefähr 5,5 Minuten rum sein. Wenn ich grad so auf die Uhr schaue. Aber da sind noch ein paar schöne Häuser. In dem hier war ich schon drinnen. Hat das eine Werkbank? Nein, das hatte keine. Da erinnere ich mich noch dran. So, das wird mir ein bisschen zu laut. So, mal schauen. Dann gehen wir in dieses Haus. Ich muss jetzt dieses Haus mit der Werkbank wiederfinden. Ah, eine Fackel, aber immer noch keine Werkbank. Seltsam. Da ist das Klo. Und dann mal sehen. Da war's. Da müsste es doch gewesen sein. Ja, das war das von dem Schlaumeier mit dem Bücherregal. So, hier. Stab. Und dann. Holzbretter. Damit baue ich dann schnell ein wenig ab. Damit ich mir eine Steinspitzhacke holen kann. Hier, wer braucht denn Samen? So, und jetzt. Ja, nein. Ich baue nicht meine eigene Hauswand ab. Ich baue ein wenig hier ab vom Kapestern. So. Aber nicht mit meiner Werkbank will ich abbauen, sondern mit einer Spitzhacke. Logischerweise. So. Da. Drei Steine müssten reichen für eine Steinspitzhacke. Und dann nochmal zwei für ein Steinschwert. Ah, da ist ein Brunnen. Gut. Mal schauen. Und dann. Ähm. Ja. Mal sehen hier in kleineren Brunnen. Tut mir leid, Dorfbewohner, aber ich brauche Steine. So. Oh, nein. Hier geht es aber ziemlich tief runter. So. Mal sehen. Dann werde ich jetzt. Ähm. Hier kannst du meine Werkbank platzieren. Oh, nein. Hier war das Klo. Da ein NPC. Und hier war die Werkbank. Perfekt. So. So. Holz. Holzstab. Holzstab. Und. Pflasterstein, Pflasterstein, Pflasterstein. So. Hier gehört auch Müll. Braucht keiner mehr. Steinschwert brauche ich doch auch noch. Hab ich schon fast vergessen. Oh je. Wie soll ich da noch weiterleben? So. Hier Stein, Pflasterstein, Steinschwert. Perfekt. Holztreppe brauche ich auch nicht. Und dann Stab und noch ein Stab. Das reicht gerade noch für eine Holzschaufel. So. Ähm. Sorry. Stab, Stab. Und hier Stein. Holzschaufel. So. Und jetzt. Ähm. Jetzt hole ich mir noch kurz ein paar Steinchen wieder. Hier. Da. Auch wenn ich jetzt irgendwas abbau. Was ist das? Ja. War das die Hinterwand vom Klo? Das könnte sein. Nein. Kein Holz. So. Perfekt. Das müsste jetzt reichen. So. Schadet eigentlich, dass keiner der Dorfbewohner einen mit dem Ofen hat. Dann könnte ich mir wenigstens mein Rindfleisch oder Kuhfleisch killen. Ähm. Grillen. Was rede ich denn hier von killen? Ich bin so dumm. So. Stäbe. Hier. Holzbretter weg. So. Was brauche ich noch? Eine Holzachs brauche ich noch. So. Stein, Stein, Stein. Eine Steinachs brauche ich. Ich bin ja dumm. So. Eine Fackel habe ich hier noch. So. Weizen. Mal schauen, ob ich die noch pur essen kann. Na. Leider nicht. So. Lass sehen. Hier. Jetzt tue ich mir noch ein paar Kühe töten. Nein. Ich bräuchte eigentlich noch Schafe. Mal schauen. Da hinten ist noch das Gebirge. Mal gucken. Hier. F3. Oh. Immer noch ziemlich hoch. Ein Schwertheb. Zwei. Zwei Schwerthebe. Gut. Nicht mal ein Rinderfleisch bekommen. Abgemagerte Tiere sind das hier. Oh. Dafür kriege ich hier drei. Mastrind. Aha. Ein Balkon aus Dreck. Muss man auch erstmal haben. Und da hinten sind schwebende Berge. Werde ich mir vielleicht irgendwann noch einen Turm hinbauen. Da ist Sand noch. Und meine Zeit ist schon etwas fortgeschritten. Deswegen muss ich jetzt aufhören. Das war's. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal.